Sie werden sich wahrscheinlich wundern, warum wir ausgerechnet mit Opitz in die Lyrik einsteigen. Das ist ja so ein Autor, der in den Lehrplänen der Schulen kaum noch einen Platz hat und der auch sonst regelrecht in Vergessenheit geraten ist. Das war allerdings nicht immer so. Es gibt kaum ein zweites Werk, das so prägend und so folgenreich war für die deutsche Literatur, wie dieses Buch von der deutschen Poeterei. Und wir wollen im Folgenden auch mal sehen, inwiefern Verse auch heute noch so funktionieren, wie Opitz das definiert in diesem kleinen Büchlein. Als das Buch von der deutschen Poeterei 1624 erscheint, macht das in Windeseile Furore. Sein Autor lobt man in den höchsten Tönen. Rasch verpasst man Opitz auch solche Ehrentitel wie Vater unserer deutschen Poesie. Mit Opitz sei, wie es dann häufig heißt, die deutsche Dichtung überhaupt erst aus dem Grabe wiedererweckt worden. Es sei die Morgenröte der Dichtung angebrochen. Also die überbieten sich da alle regelrecht in Lobhudelei mit Blick auf Opitz. Kaum wird man im 17. Jahrhundert irgendeinen Autor finden, der sich mit deutscher Dichtung befasst und nicht in der einen oder anderen Weise meist eben bewundernd auf Opitz Bezug nimmt. Und das ist ja verwunderlich. Denn dieses Buch von der deutschen Poeterei, das ist nicht nur nach unseren heutigen Maßstäben ein außerordentlich schmales Bändchen. Sie haben zwar nur einen Auszug jetzt sich angesehen, aber wenn Sie sich dieses Reklamheft angucken würden, dann würden Sie feststellen, dass das auch kein dickes Ding ist. Das ist also ein ganz dünnes Heft und da sind auch sehr viele Kommentare drin. Und da bleibt kaum noch was übrig, was der Opitz schreibt. Also weniger Buch von der deutschen Poeterei als vielmehr Büchlein von der deutschen Poeterei. Noch dazu bleibt es allem anscheinend nach auch bruchstückhaft. Es verbietet sich selbst Ausschweifende Ausführlichkeit. Der Opitz selber bemerkt zum Beispiel, wer irgendwas über die Tragödie wissen will, naja, der kann ja auch einfach mal bei Aristoteles nachgucken oder bei Heinzius, niederländischer Autor der Zeit. Ich muss das ja jetzt hier gar nicht selber beschreiben. Und an anderer Stelle begnügte sich mit diesem ganz lakonischen Hinweis, Skaliger oder andere Renaissance-Poetiken, da steht das ja auch alles drin, was soll ich da jetzt noch sagen. Wenn Opitz aber wirklich nicht mehr zu bieten hätte, als so einen knappen Auszug von Dingen, die andere auch vor ihm bereits beschrieben haben, dann bliebe ja diese literaturgeschichtliche Sonderstellung des Buches von der deutschen Poeterei ein Mysterium. Da muss also noch irgendwas anderes dahinter stecken. Vielleicht finden wir eine Antwort, wenn wir uns einmal anschauen, worin Opitz selbst seine Aufgabe und seine Leistung, also letztlich sein Projekt, sieht. In welchem Zustand befindet sich laut Opitz die deutsche Dichtung, als er dieses Buch veröffentlicht? Und da kriegen Sie ja einige Aussagen am Ende des dritten und am Beginn des vierten Kapitels so ein kleiner literaturgeschichtlicher Abriss, ja, über die deutsche Poeterei lautet ja die Überschrift zum, was ist es, zum vierten Kapitel. Und das ist ja der Nukleus einer Literaturgeschichte, vielmehr ist es nicht. Ganz kurze Bemerkungen und da fallen ja ein paar Namen, die auch heute noch bekannt sind. Walter von der Vogelweide. Der wird sogar zitiert mit einem ausführlicheren Text als Beispiel für vorbildhafte deutsche Dichtung. Eine spannende ist ja, was danach passiert, ja. Seite 25, direkt nach dem Walter-Zitat. Das nun vor langer Zeit Herr dergleichen zu üben in Vergessen gestellt ist worden, ist leichtlicher zu beklagen, als die Ursache hiervon zu geben. Der behauptet hier also nach Walter von der Vogelweide, da sei deutsche Dichtung in Vergessenheit geraten, da gibt es da nichts mehr. Und das ist ja jetzt wirklich eine steile These. Sie wissen vielleicht aus Ihren Mediwistikkursen, Walter, der gehört ins 12. Jahrhundert. Jetzt sind wir hier mit Opitz im 17. Jahrhundert, da liegen also 500 Jahre dazwischen und in diesen 500 Jahren, da haben sich nicht alle auf die faule Haut gelegt und nichts mehr geschrieben. Das ist ja großer Quatsch, ja. Wenn Sie im 16. Jahrhundert allein mal gucken, so Namen wie Hans Sachs, Luther natürlich selber auch, klar, aber vor allem Hans Sachs. Das ist ja einer, der für den Meistersang steht, aber auch Fastnachtspiele schreibt, also Unmengen an Texten publiziert. Das füllt ganze Bibliotheken, das sind wirklich Regalmeter, die man da zustellen könnte mit Texten von Hans Sachs. Der taucht hier einfach gar nicht auf bei Opitz. Also der schiebt ihn einfach unter den, oder kehrt ihn einfach unter den Teppich, will nichts wissen von dem. Okay, das ist also letztlich eine literaturpolitische Aussage, die Opitz trifft. Sie machen einfach tabula rasa und können dann natürlich hervorkommen als derjenige, mit dem jetzt etwas Neues losgeht. Letztlich ist es also eine Aussage, mit der Opitz vor allem seine eigene Position in der Literaturgeschichte reklamiert und markiert. Und für sich dann sagen kann, jetzt kommt was Neues. Das haben sie ganz explizit auf Seite 22 unten. Da redet er nämlich von sich. Ich bin der tröstlichen Hoffnung, es werde nicht alleine die lateinische Poesie, welcher seit der vertriebenen langwierigen Barbarei, das ist das Mittelalter, seit der vertriebenen langwierigen Barbarei viel große Männer aufgeholfen, aufgeholfen, ungeachtet dieser trübseligen Zeiten und höchster Verachtung gelehrter Leute bei ihrem Wert erhalten werden. Er sagt hier, lateinische Poesie gibt es schon, das stimmt natürlich auch, die soll weiter bestehen. Und dann kommt es, sondern auch die deutsche, zu welcher ich nach meinem armen Vermögen allbereit die Fahne aufgesteckt, von stattlichen Gemütern also ausgeübt werden, dass unser Vaterland Frankreich und Italien wenig wird bevor dürfen geben. Da steckt ja eine Menge drin. Jetzt kann man das erstmal für so einen Bescheidenheitsgestus halten, wenn er hier sagt, zu welcher ich, das ist zur deutschen Poesie, zu welcher ich nach meinem armen Vermögen allbereit die Fahne aufgesteckt. Also ich kann gar nicht viel, ja ich der kleine Opitz, aber ich versuche das jetzt einfach mal ganz, ganz bescheiden. Wenn man hier aber auf die sprachlichen Details auch achtet, dann ist das vielleicht gar nicht mehr so zurückhaltend, wie man zunächst denken könnte. Zu welcher ich die Fahne aufgesteckt. Was heißt das, die Fahne aufzustecken? Das ist ja ein Begriff, der aus der Sprache des Militärs kommt. Also Opitz benutzt hier Militärmetaphorik. Derjenige, der die Fahne aufsteckt, das ist der Fähnrich. Und ein Fähnrich im frühneuzeitlichen Heer, der läuft vorweg, der nimmt dann die Fahne, steckt die irgendwo rein und dann dürfen alle anderen hinterherlaufen. Das ist also die Position, die Opitz hier für sich in Anspruch nimmt. Gar nicht mehr zurückhalten. Ja, Fahne aufstecken und jetzt mögen mir doch bitte alle einmal folgen. Im 17. Jahrhundert Deutsch zu dichten, ist alles andere als selbstverständlich. Und Sie können ja auch erkennen, dass das vor allem mit einem kulturpatriotischen Anliegen verknüpft ist. An derselben Stelle redet ihr auch davon, oder setzt er sich selber ein Ziel dieses Fahnenlaufes, nämlich, dass unser Vaterland Frankreich und Italien wenig wird bevor dürfen geben. In Frankreich und Italien gibt es also bereits eine Kunstpoesie, sagt er. Ja, so Namen, die Ronsar kommen dann häufig, oder Petrarca, also Dichter, die auch für eine hohe, aber eben volkssprachliche Dichtung stehen. Also eine Dichtung in Italienisch oder Französisch, nicht mehr in Latein. Im Deutschen gäbe es das nun nicht. Und da sehen Sie auch, dass Opitz eine ganz bestimmte Dichtung im Blick hat, nämlich eine Kunstdichtung, also eine hohe, anspruchsvolle Dichtung in der Volkssprache, die auf der artistischen Ebene sich auf einem Niveau befindet mit der lateinischen Poesie. Das ist das Ziel. Und das ist auch der Grund, weshalb Hans Sachs hier unter den Teppich gekehrt werden muss. Denn Hans Sachs ist keiner, der für Kunstpoesie steht, sondern der steht für Knittelferse, ja, wir sehen nachher noch, was Knittelferse sind, für eine volkstümliche Poesie, die eher im Handwerkermilieu zu verorten ist. Also Hans Sachs, der hockt da in Nürnberg und der taucht dann immer bei den gelehrten Dichtern des 17. Jahrhunderts eher als so ein Schuster auf, der eigentlich da an seinen Schuhen herumwerkelt und nebenbei so ein paar Verse dichtet. Naja, kann man nicht ernst nehmen, ne? Der Pritschmeister, so geht das dann häufig. Und davon grenzt man sich nun ab. Das Ziel ist es, eine kunstvolle und konkurrenzfähige, international konkurrenzfähige deutsche Poesie zu entwickeln. Das ist gar nicht so einfach im 17. Jahrhundert. Schon allein deshalb, weil es keine Sprache für diese Kunstdichtung gibt, wenn man keine lateinischen Worte benutzen möchte. Das heißt, das ist eigentlich eine Hochzeit für sprachpatriotische und kulturpatriotische Bestrebungen, die auch mit Übersetzungsprojekten verknüpft sind. Viele Schriftsteller im 17. Jahrhundert, die machen sich daran, erst einmal lateinische Worte ins Deutsche zu übersetzen. Mit grunen Ergebnissen zum Teil. Also das hat sich natürlich nicht durchgesetzt, denn wenn man sich mal klar macht, was alles aus dem Lateinischen kommt, das sind Unmengen. Sie können kaum irgendwie einen Satz sagen, ohne dass sie ein etymologisch auf das Lateinische zurückzuführendes Wort verwenden oder ein griechisches. Solche Sachen wie Fenster, Fenestra hat man dann versucht, mit Tageleuchter ins Deutsche zu übersetzen. Also nicht Opitz selber, aber andere. Oder aus dem Kloster. Ja, Klaustrum, da kommt auch die Klausur her, das abgeschlossene. Jungfernzwinger als deutsche Entsprechung dann. Oder auch sehr schön die Pistole, die durfte man ebenfalls nicht verwenden, auch kein deutsches Wort. Daraus wurde dann der Meuchelpuffer. Benutzt man heute nicht mehr solche Worte. Also das ist eher witzig. Damit hat man sich die Zeit vertrieben, um eben die Grundlagen, die sprachlichen Grundlagen zu schaffen für eine deutsche Kunstdichtung. Sieben Jahre vor diesem Buch von der deutschen Poeterei hält Opitz auch bereits eine Rede noch auf dem Gymnasium als Schüler, eine flammende Lobrede auf die deutsche Sprache und auf ihre Literaturfähigkeit, nämlich unter dem Titel Aristarchus 1617. Der tut es allerdings, wie Sie hier auch in diesem Beispiel sehen, noch auf Latein. Und das ist ja ein bisschen misslich. Sehr ungünstig, wenn man das Deutsche loben will, und es dann auf Latein tut. Schließlich aber dann 1624 mit dem Buch von der deutschen Poeterei auch im Sprachwechsel auf Deutsch. Dafür zieht er also selber schon performativ diesen Wechsel in die deutsche Muttersprache. Auf Deutsch zu schreiben, das ist im 17. Jahrhundert allerdings auch gar kein selbstverständliches und auch kein unverfängliches Projekt, sondern das birgt, wenn man so sagen darf, durchaus Sprengstoff. Deutsch als Literatursprache zu etablieren, das ist vor allem ein ganz klar protestantisches Anliegen. Sie wissen, das Christentum, das ist seit der Reformation, also seit dem frühen 16. Jahrhundert in eine Vielzahl von Konfessionen gespalten. Wir haben Kalvinisten, Lutheraner, wir haben Katholiken, Reformierte etc. Und Deutsch ist mit Blick auf die Sprache eine Sprache der Protestanten. Also die Katholiken, die schreiben nicht Deutsch. Das katholische Deutschland schreibt weiterhin lange Zeit, zum Teil sogar bis ins 19. Jahrhundert hinein, überwiegend auf Latein, gibt ganz, ganz wenige Ausnahmen. Und auch Poetiken werden vor allem auf Neulatein geschrieben. Wenn Opel jetzt hier nun für sich in Anspruch nimmt, der deutschen Dichtung die Fahne aufzustecken, sich also als fähnlich inszeniert, dann zeugt es erst in zweiter Linie von einer patriotischen Programmatik, eben Deutsch als Dichtungssprache zu etablieren, gegen die Dichtung der Romania. In erster Linie zeugt das aber von einer nachdrücklich konfessionellen Stoßrichtung. Das kann man vor allem auch an den Beispielfersen und an den Beispielgedichten ablesen, die Opelz da zitiert, in diesem Buch von der Deutschen Poeterei. Da tauchen auch an den Stellen, die Sie jetzt gelesen haben, Verse von Luther beispielsweise auf. Und zwar nicht irgendwas von Luther, sondern protestantische Kirchenlieder mit durchaus kämpferischem Inhalt. Mitten wir im Leben sind oder auch Erhalt uns Herr bei deinem Wort. Das sind ja Dinge, die Sie am Sonntag, wenn Sie in die Kirche gehen, als Protestant da mitgrölen können. Das ist nicht so harmlos, wie das hier aussieht. Erhalt uns Herr bei deinem Wort. Naja, das geht nämlich weiter mit Und Steuer des Papstes und Türkenmord. Erhalt uns Herr bei deinem Wort. Und Steuer des Papstes und Türkenmord. Der Papst als der Antichrist, der Protestanten, als der große Gegner, als überhaupt der katholischen Kirche, von dem grenzt man sich natürlich ab. Und diesem Treiben, diesem diabolischen Treiben des Papstes soll doch dann bitte der Gott der Protestanten auch Einhalt gebieten. Und mit Türkenmord ist hier die sogenannte Türkengefahr gemeint. Also das Osmanische Reich stand ja im 16. Jahrhundert schon vor Wien. Es drohte unmittelbar, das Heilige Römische Reich, deutsche Nationen, in seinem Zentrum sozusagen zu bedrohen. Und das wurde als einen Angriff auf die Christenheit interpretiert und führte dann auch dazu, dass man sich zusammengetan hat, um diese sogenannte Türkengefahr eben abzuwehren. Davon ist hier die Rede. Also die Beispielferse, die Opitz zitiert, die sagen durchaus was aus. Die sind nämlich kämpferschen Inhalts und eindeutig protestantisch kodiert. Opitz ist natürlich protestant, genauer gesagt ist er Calvinist. Der wurde 1597 in Bunzlau, das ist in Schlesien, also dem heutigen Polen, geboren als Sohn eines Fleischers. Also der legt so eine Art Aufsteigergeschichte hin. Schlesien, das war im 17. Jahrhundert eines der großen kulturellen Zentren. Da kommen auch Autoren her wie Grüfius, Lohenstein, Hoffmannswaldau, also die wenigen Schriftsteller, die man eher noch kennt aus der frühen Neuzeit. Und Opitz' Lebenslauf, der kann in mancherlei Hinsicht auch als repräsentativ gelten für zeitgenössische Dichter. Der legt so eine ganz steile Karriere hin. Der arbeitet erst als Gymnasialprofessor, dann als herzluglicher Rat, in späten Jahren auch als Hofgeschichtsschreiber und als Sekretär des polnischen Königs. Man sieht hier also an dieser Vielfalt der Ämter, die Opitz ausübt, dass Dichten in der frühen Neuzeit kein Vollzeitjob ist. Es gibt nur ganz, ganz wenige Beispiele für Berufsschriftsteller, Berufsdichter. Denen geht es dann auch eher schlecht als recht. Die kommen kaum über die Runden. Der Großteil der Dichter ist eben aus dem Gelehrtenstand. Das sind gelehrte Dichter, also der lateinische Begriff Poeta Doctus, Poeta Doctus, gelehrter Dichter. Das ist so ein Begriff, den sie da immer wieder finden und der eben charakterisiert, was Schriftsteller in der frühen Neuzeit eigentlich waren, nämlich hauptberuflich Beamte. Die arbeiteten ganz oft in städtischen Verwaltungen, in Kanzleien oder an Höfen. Das Dichten dagegen, das ist zunächst mal ein Freizeitvergnügen oder wie sie das dann im 17. Jahrhundert ausdrücken, etwas, das man in den Nebenstunden tut, so wie sie in ihren Nebenstunden heute am Abend vor dem Rechner sitzen und bei Steam irgendwelche Spiele zocken, da haben die sich eben hingesetzt und deutsche Worte erfunden oder Gedichte geschrieben. Also etwas, mit dem man sich dann mehr oder weniger mühevoll die Nächte um die Ohren schlagen kann. So ging das damals. Was ist nun eigentlich Opits Pionierleistung mit Blick auf die deutsche Literatur und vor allem mit Blick auf Verse? Das ist ja unser heutiges Thema. Das wollen wir uns jetzt mal angucken und da ist gerade diese letzte Seite, die Sie in Ihrer PDF finden, sehr aussagekräftig. Das ist nämlich der sogenannte Versreformpassus und ausgehend von diesem Versreformpassus, der bis heute reguliert, wie Dichtung oder wie Versdichtung funktioniert, werden wir uns im nächsten Schritt einmal angucken, wie Verse eigentlich funktionieren, wie Verse gebaut werden im Deutschen. für eine Kon Aqu Shawn und von der Märtyner wird die Konanzierung mit dem Währenden und den folgen Mai zu die les